Hallo zusammen, wir möchten euch heute ein kleines Trick-Video zeigen. Da meine Hunde ziemlich klein sind, begebe ich mich gerne... Danke! Auf ihrer Ebene, das heißt ich bin sehr viel auf dem Boden unterwegs bei meinen Hunden. Diesmal geht es um den Trick Männchen machen oder Häschen im Sitzen. Das wird euch die Bielle zeigen, die da. Die liegt schon sozusagen parat. Ich habe auch schon tolle Kekse. Das erste, was euer Hund können muss, damit er das Häschen ordentlich lernen kann, ist ein Hand-Target. Warum ein Hand-Target? Ich mag nicht gerne mit Keksen in der Hand arbeiten. Dann schaut der Hund mehr aufs Essen als auf das, was er tut. Das kann unter Umständen sogar gefährlich werden, je nachdem welchen Trick man macht. Deswegen machen wir das Ganze ohne Kekse in der Hand und dafür eben mit dem Hand-Target. Hand-Target heißt, man hält die Hand hin und der Hund stupst. bekommt ein Keks. Tick ist unser Marker-Wort. Heißt für die Bielle, das ist gar richtig, was du machst. Du bekommst sofort ein Keks. Steh mal auf. Tick. 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 Das wäre also die erste Übung, die euer Hund im Vorfeld können sollte, damit die nachfolgenden Schritte einfacher funktionieren und ihr eben nicht mit einem Keks in der Hand locken müsst. Als nächsten Schritt müsst ihr den Hund hinsetzen. Komm ein bisschen hier hin. Sitzen. Und das Hand-Target. Ja. Bleib. Sitzen. Hier oben. Tick. Abfragen. Sie weiß schon, worum es geht. Wähle Sitzen. Sitzen. Tick. 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 Dabei wandert eure Hand immer höher. Tick. Tick. So dass der Hund sich ein bisschen strecken muss. Tick. Und irgendwann wird er das erste Mal, Tick, die Pfötchen vom Boden heben. Tick. 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 Dann könnt ihr daran arbeiten, dass das Ganze ein bisschen länger funktioniert. Tick. Tick. viele machen auch das Häschen Tick Häschen Tick Tick sie kann es auch ohne Handzeichen Häschen Häschen Weißt du das bei dir gar nicht Häschen Biele, auf Sitz Häschen Tick Biele kann es doch noch nicht ohne Handzeichen Biele, Häschen Tick Jawohl, sehr gut Runter, Sitz Häschen Häschen Tick Häschen Das ist ein freches Häschen Häschen Tick Häschen Tick Sie ist ein kleiner Motze, Peter Geh mal da rauf Super Honey Eine andere Maus kann das natürlich auch Sitz Hase 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 Tick Honey Hase 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 Tick Honey Hase 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 Bielle, sitz. Bielle übt das Ganze noch. Halten. Feste halten. Bielle, feste halten. Bleib. Gut. Bielle übt das Ganze gerade noch. Ja, feste. Halten. Toll bleiben. Jawoll. Halten. Feste. Feste halten. Jawoll. Halten. Nicht mit der Schnute. Mit den Füßen. Halten. Jawoll. Tick. Ja. Halten. Ja, feste. Gut machst du das. Nochmal. Schnecki, lass es raus. Halten. Mimmi mit der Schnute. Komm her. Halten. Ja, das ist super. Klasse. Super. Toll gemacht. Fertig.